willkommen zurück zum blog so haben wir noch einige atöme so auf zur nächsten hauptquests wir müssten auch bald hier mit durch sein und da kommen wieder die nebenaufgaben ich habe das raketenlabor untersucht die entlagenten haben ein magnetisches feld um die einrichtung gelenkt ich habe mit der energie aus dem kraftwerk ein abfluss bin extra aufgestellt rollen raus und über die magnetischen platten und dann waren die an weg da innen du bist nur spitze hol dir ein bisschen rot und durch ein nein ich kann nicht ich hätte erwarten sollen wie komme ich jetzt wieder hoch hat noch nicht recht wollte gerade sagen mal sehen was hier vorhaben benutzt die blauen schadler die gravitation hat sich gerade umgekehrt ist durch den schadler das mag ich gerade sehr muss ich sagen der romanzug testen hat sich am ende da ich merke gehabt hat zustand das ist das für den romanzug bitte das war nicht gut kann man tun zu testen zieht was wer die gravitationswende deaktiviert wie weiter wir müssen die gravitationsmaschinen finden da ist ein schalter das ist eine magnetwand mit der abrissbühne kommst du direkt nach oben nimm den sprungfeeder zur gravitationskammer mir wird hier schwindelig oh einfach mal rüberholen ohne zu wissen was es ist oh war auch clever äh ich hab's geahnt jetzt müssen wir also gelb von unten nochmal holen ähm äh scheiße äh 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 fang an die maschinen runter zu fahren benutzt die blauen roten schalter äh ach du scheiße es wird sich bei uns die schalter um das gerät komplett zu direktavieren äh deaktivieren äh ah ich bin blöd jetzt sind wir blau und das hilft obwohl ist ja scheiße egal das war knapp die hauptgavitationsmaschine ist von entscheidender bedeutung nur schalter 2 ist üblich oder sind üblich okay wo bin jetzt rot der ähm ähm Sammle die Farbe an Roma auf, es wird Zeit diesen Ort wieder zurück auf die Erde zu bringen. Komm zu Papa! Transformiert es wieder in seinen richtigen Zustand, Blob. Gerne. So, kein Timer mehr. Jo, wir haben es geschafft. Gegner hier oben sind hoffig. Die Frage ist, können wir irgendwie von hier aus noch was erreichen? Vielleicht das? Sehr cool. Okay, dann wieder gehabt, die Nebenaufgaben. Blob, die Endagenten haben immer noch das Football-Pferd in ihrer Welt. Sie haben alle Spieler als Geysel genommen. Schlag-Ink-Trähte, die Mannschaft. Hier kommt die Ekt-Verteidiger. Yeah. So, sehr schön. Machen wir das auch noch an? Wird eh noch eine Aufgabe sein, da brauchen wir nicht hier wieder hochrollen, hoffentlich. Ich glaube, jetzt haben wir alles, oder? Gut, auf zur nächsten Nebenquist. Und wo ist es noch? Brob, pass auf, mein Wilder, da unten habe ich da oben über Drompa ein paar Farbortumme gesehen. Ich aktiviere diese Sprungfehler und kannst du sie alle einsammeln. Trophäe halten, Sprungfeder, Partisane. Sehr gut, haben wir das auch. Okay, und da hinten haben wir ja auch eine Sprungfeder mit einer Glühbirne. So, nächste Frocket-Session. Da oben, okay. Okay Blob, es wird Zeit, deine Loyalität zum Chroma-Haus unter Befest zu stellen. Um deine Zugehörigkeit zu testen, wirst du über den Campus-Streifen. Der Zug von Farbatom zeigt dir die optimale Streifzug-Route. Bist du erfolgreich, machen wir dich zum Ehrenmitglied. Nur noch ein bisschen weiter Blob. Okay, nächste Nebenquest. Das da oben sieht aber auch noch ein bisschen karg aus. Zack. So, hier sieht es ganz gut aus. Da fehlt noch was. Uns fehlen trotzdem noch einige Graulinge. Okay, links. Die Football-Session fängt an, aber ich sehe nicht genügend Färbeteifeln für das Team hier in der Gegend. Pack es auf die gute alte Prisma-Universitätsart, Adplop. Ach, da oben. Zwei fehlen uns nur noch. Ach, leck mich doch. Oh, muss ich jetzt wieder von vorne anfangen? Nein. Ach, das war es sogar. Okay. Ich springe lieber mal von der Stelle, glaube ich, ab, ne? Anders wüsste ich gerade nicht. Wie schaffen sollte? Wieso springt er nicht? Das ist ja doof. Ähm. Ähm. Wie komme ich denn da hoch? Hier rüber, irgendwie? Ich brauche Farbe. Na, sehr gut. Keine Agenten mehr am See. Jetzt können sich die Studenten wieder gegenseitig hineinschubsen. So sollte es auch sein. Das haben wir dann auch automatisch abgeschlossen. Sehr gut. Dieser Campus ist wirklich sehr schön. Oder zumindest wäre er es, wenn er vollständig angemalt wäre. Verteiler in der ganzen Galaxie von Farben überall um die Raumfahrtfakultät herum. Oh, bitte. Keine Zwangfarben. Ah, sehr gut. Oh, da kommen wir auch noch hin. Ähm. Ich hatte schon Angst, dass es in diesem Rondellgedöns hier ist. Sehr gut. Dann haben wir die Aufgabe auch abgeschlossen. Und hier machen wir dann in der nächsten Folge wieder bei der Spitze. Bedankt mich. Bis denn her. Tschüss. 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 Show. Das war's für heute.